Irgendwie Brechmittel oder sowas? Ich habe noch eine bessere Idee, Jack. Die ist ja richtig gut. Oh, die ist ja wieder fabelhaft. Die ist fabelhaft. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass sie ja jetzt auch noch kommt. Ah, scheiße. Oh, fuck. Ist der jetzt wieder? Oh, der andere Tupf kommt jetzt gerade. Oh, der andere Tupf kommt jetzt gerade. Oh, der andere Tupf kommt jetzt gerade. Mozart, entscheide ich mal. Ah, Mann. Nur weil ich vorhin keine Klavierseite genommen habe, Mann. Oh, Pfeil, Mann. Oh, Michi. Michi, jetzt leg dich doch bitte... Nein! Maga, du kannst dich jetzt hier nicht einfach hinlegen, wie du danach isst. Der Schreibtisch ist drei Meter breit. Such dir in anderen Ohren. Oh, Gott. Oh, fuck. Okay. Okay, last try. Last try. Oh, Gott. 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 Ha 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 Ey Was ist denn mit euch habt ihr jetzt fünf minuten oder was wenn es doch mal nur am pennen und im winter Geht nicht da gehen nur zwei leute in den schrank rein Es gehen leider nur zwei leute in den schrank Wie zieh Hör auf die gummis daraus zu holen die sind für was anderes gedacht als zu spielen Herr blaskowitsch Herr blaskowitsch schluss jetzt der karton ist nicht umsonst zu feierabend jetzt Wollen sie kurz hier bei ich grüße dich Oh Hey, you please stop throwing stuff around, okay? Let's be mature What Sir, please refrain from throwing stuff around right now, okay? Äh, bis dato ist noch nichts weiter vorgefallen Mozart kannst du dich bitte auch nicht auf die maus setzen Das wäre spitze Was ist noch was? Ah Willst du ja auch nachfangen? Got it Oh, das ist nicht da, was ich? Affirmative! Oh, das ist nicht da. Ich kann den Chat nicht lesen. Also heute hat er noch nicht geflackert, Kursheber, noch gar nicht. Ich habe noch nicht geflackert, sondern ich habe noch nicht geflackert. Oh, strange. Wir sollten das wirklich nachdenken. Go have a look-see, bitte. Entstanden. Wir sind sicher. Was? Kommand, wir haben ein möglicher 517. Wir gehen in um zu unterscheiden. Kommand, wir gehen, wir gehen. Das war's für heute. Was? Okay. Weapon? What nugget just dropped a weapon? Come on, it's got some strange noises here. Looking into it. Over. Give me a break. Zulu, take point. Get it. No, you're dead! Oh, you're dead! Okay. 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 Kann ich sie eigentlich vorher schon ansprechen? Ja. Oh, oh. Jetzt müssen wir aufpassen wegen Kameras. Eine war hier oben. How are you, recruit? Oh, good. Thanks. Bitte jetzt nicht die Klavierseite vergessen. Danke. 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 Nein! Fuck! Ich gebe dir ein paar Momente, um es zu denken. Gute Arbeit, 47. Das sollte ihr etwas zu denken geben. Fuck my fucking life. Okay, kannst du einfach... Lass mich allein für ein paar Minuten. Ich habe etwas Gedanken für dich. Ich bin sicher, dass ich es nicht gut bin. Waja, da muss ich aber richtig los. Okay. Okay. Hey. Okay. 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 Das war's. Graves ist runter. Excellent work, 47. Alter, da muss ich aber los. Orkos, moin. Ich grüße dich. Was geht? Findet ihr die Leiche da drin? Ich habe keine anderen Ausgänger als den Bunker, oder? Da muss ich aber richtig los. Da muss ich aber richtig los. Boah, ich darf irgendwo anders raus. Gibt es noch eine Karte? M? Oh, boah. Ich muss aber auch keinen Böbel raus. Ich habe keine Tüger. Das war ein Böbel. Ja, ich darf in den Kapel. Ich practice mich, was ich. Jadi, ich habe gerade herausgestellt. Da muss ich probiert. Und dein Pah Lung. Du kannst dich schlafen. Fotos, permit mir das nicht. Du kannst mich sicher nicht, was ihr. Du kannst dich doch nicht. Du kannst dich das mal ganz-glafen. Du kannst du kannst. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ich hab's geschafft, die ganze Zeit nicht gefilmt zu werden und jetzt werde ich gefilmt. Oh, ich kotze! Oh, Mann, ich brech ins Essen. So, last night was interesting. Oh, right. You were doing that bomb trigger for Rose. How's it work exactly? Yeah, so Rose is building an explosive battery unit for a Link-Force smartwatch. Oh, right, for the next target. It's this Devereux guy? Right. But Rose wants to control the time of detonation, so I designed this software trigger, watched by email. Devereux checks it, the virus infects the watch, triggers the charge, and boom. Hmm, well, that is hardcore. And these people don't piss about. Yeah, well, still bees working at her back. Yo, soldier. Hey, excuse me, I'm talking to you. You know, you are really annoying. What are you trying to hide behind that disguise? You're so busted. Someone has to teach this guy a lesson. He's all from... Do you have a telephone number to your psychologist? Should I make a call for you? Because you need help, right? Right? Identify yourself, so. Oh, ich habe versagt, Chad. Ich habe versagt. Oh, ich konnte die Challenge nicht erfüllen. Oh, man. Fuck. Fuck. Schäm dich. Ja. Okay, Chad. Doppelt oder nix? Doppelt oder nichts? Drei Versuche, selbe Regeln. Also noch drei Versuche mehr. Geht ihr mit rein? Doppelt oder nichts? Badi, du Sack, ey. Also ich würde doch mal drei Versuche. 15 Minuten geht nicht. 15 Minuten funktioniert nicht. Das haut nicht hin. Also Zeitbegrenzung wäre Quatsch, weil durch die Klavierseite und das hier oben musst du ewig warten. Ohne Punkte geht ja nichts mehr. Gehen wir doppelt oder nichts, Chad? Drei Versuche nochmal extra? Aber ich will das natürlich auch beenden. Nee, es ist mir ist nicht klar, dass sie das bemerken, Riggs, weil der Dude hat sich genau in dem Moment umgedreht, als ich an den Laptop gegangen bin. Zwei Versuche? Zwei Versuche. Okay, ich steig bei zwei Versuche mit ein. Ich steig bei zwei Versuche ein. Pet Game, Dankeschön für sechs Monate. Stubi, Dankeschön für acht. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Ich steig bei zwei ein. Also, okay, pass mal, ich mach nochmal kurz ne Pause, Chad. Ich hol mir was zu trinken. Mozart, warte. Ich hol mir kurz was zu trinken, Leute. Und geh nochmal vapen. Und dann können wir ja währenddessen die Vorhersage machen. Also nochmal zwei extra Versuche, Chad. Selbe Regeln. Los. 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 Ansehe ich gut aus, Freunde. Danke nochmal für deinen Stream am Samstag. War mega geil. Do you ever look at someone and wonder, what is going on inside their head? Tschüss. Chat, it's official. Hose runter, Beine, Beine, jetzt beginnt die Weihnachtszeit. Hast du dich schon mal beobachtet gefühlt? Äh, nö. Warum? Nee, noch nicht. Ich hab gestern meinen Nachbarn beobachtet beim Fortnite spielen. Der hat, glaub ich, auf so einer, auf einem riesigen Fernseher, hat er Fortnite gespielt. Und der sah ganz schön gut aus. Also ich glaub, der war gar nicht so schlecht da drin. Der hat auch bei Konsole gespielt. Ich hab' mit. Okay. Mega Karre auf der Titelseite. Gib davon nur vier Stück in NC. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst nachdem du sie für mich klausst. Geil. Nicht mal zehn Minuten drinnen, gleich klauen. Da bin ich doch dabei. Wenn ich das mache, sind Pepys Schulden vom Tisch. Klar. Ich stehe zu meinem Wort. Weißt du doch. Da ist ein Aschenbecher übrigens, ne? Da vorne. Du klausst mir den Rave hier? Iiiiih! Und ich vergesse Pepys Schulden. Ich muss dir das jetzt nochmal ganz kurz sagen. Okay? Aber du hirnverbrannter Scheißidiot. Da steht ein verfickter Aschenbecher auf dem Tisch. Du blöd Mann! Ich glaube unser Gespräch ist damit beendet. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Miss Geburt. Oh! Markus, fahr! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Bye, have a great time! Ich werde mal kurz den neuen Grafikerantreiber installieren. Be the best yourself. Ne, be your best self. Ja, da sehe ich mich. Also, doch. Ich finde mich sehr gut abgebildet. Na los, kündige unseren Besuchern. Wie kündigt man den Besuchern? Äh, äh. Ah. So, da bin ich wieder. Puh. Fuck mei. Und die Leute wollten noch 45 Minuten Zeit ansetzen und so'n Scheiß. Okay. Let's go, baby! Zwei Versuche hab ich noch. Let's go! Puh. Puh. Scheiß Klavierseitenkacke. Puh. Wer hat sich die Scheiß eigentlich ausgedacht von euch, Mann? Wer hat sich die Scheiße wieder ausgedacht? Ich konnte mich, äh, die ganzen Jahre davor drücken. I hear you, bro. I hear you, bro. Stay on your post. Oh, ich liebe das Werfen von Objekten. Dass die jetzt eingeführt haben, war eigentlich, äh, göttlich. Hey, er ist Elfreak. Moin. Okay, diesmal können wir die Waffe einstecken. Das ist gut. Oh. Okay, keine Waffe mehr da. Äh, wir müssen in zwei, äh, zwei Minuten, äh, oder so. Error. Error hat's gerade gepostet. Fuck. Fuck. Oh, der, der Kill auf Penelope ist einfach... Intens. Nein, nicht in zwei Minuten, in zwei Versuchen. Zwei... Habe ich Minuten gesagt, Partner? Ich meinte Versuche. Ah. Waaah. Tohle demilic-mex. Please, please, don't! Sean Rose confirmed down. Nicely done, 47. Fällt gar nicht auf. Was ist das hier eigentlich? Batterie eigentlich? Explosive... Oh, Akku-Film. Ach krass! Oh! Das ist neu. Das hab ich noch nie gesehen. Oh! Die drei Boys. Und dann müssen wir schon wieder in den Keller. Wenn keiner weiß... Silent Assassin bedeutet, dass niemand weiß, dass wir da waren. Also keiner der hier Anwesenden hat jemals gewusst, dass wir existieren. Unten links zum Beispiel kann man das sehen. Wenn die Waffen grün sind, ist Silent Assassin. Kann manchmal rot sein, wenn da eine Kamera reinläuft. Aber dann musst du die Kamera... Dann musst du die Kameraaufnahmen löschen. Und dann kannst du Wiederschein in den Assassin. Also das bedeutet, wie gesagt, dass niemand auf der Karte weiß, dass du da warst. Der geht gerade weg, das ist optimal. Was? Ich weiß, was das war. Ja, sicher. Okay. Hello? Is anyone there? We've made that sound. Come on. Is anyone there? This is not funny. Hmm. Strange. See what that was. Checkpoint. I hear you. Five by five. We're clear. There's nothing here. Really? Better safe than sorry. Where'd I fucking safe than fucking sorry? What? We might have a situation. I'll check the perimeter. Over. 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 We're not in the mood for this right now. Absolut ungünstig alles. Absolut ungünstig. Fuck. Absolut fucking ungünstiges Timing. So ungünstig, dass wir das da jetzt hingelegt haben. Sonst wär gut gewesen. Fuck. Newcastle just half. I'm still in the rozm and I need you to address the salline reception. Vielen Dank. I must have tried timing. Oh, no. Some strange noises here. Looking into it. Over. Hey, is anyone there? No. Oh, dear. Damn. What the? Someone is playing games with me, but I'm cool. Come on, cool. Over. Bingo. Oh, that's really close. It's really close. It's really close. Oh, okay. Okay. Bye. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du bist zurück in Interpol als ein Insider. Was? Ich... Wer bist du denn? Wie hast du mich gefunden? Das ist nicht wichtig. Denkst du das aufhören. Du könntest uns mit wertvollen Intelligen. Wenn du mitbekommen bist, die Agenheit wird überraschend sein. Hi, Soldat. Und was ich, wenn ich nicht? Wenn ich grüße und die Garten hier bin? Ich würde das nicht machen, wenn ich dich wäre. Für dich könnte es nicht gesund sein. Ich gebe dir ein paar Momenten, um es zu denken. Good work, 47. Das sollte ihr etwas zu denken. Okay. Okay, ich brauche... ...zure ich meine頭 und ein wenig Privatsch hier. Ich mag, dass du mich verletzt hast, aber bitte... einfach... ...zure ich mich allein für ein paar. Äh... ...kotier, ja. Nutsche Weihnachten. Warte ein Minute. Sir, nicht aufhören. Was? Okay. Hey, pick that up! іть! Wie? Ja. Ja. Wie? Ja. 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 Vachstum. Hm. Ja. 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 unterstützung ja, du denkst du, dass diese Fahrer echt ein Verlangen ist, oder? Ich habe eine Idee, was das alles ist. Wenn du es, sie sagen, es ist klassisch. Du bist nicht wirklich ein Teil der Team. Ja, you're right on the money, bro. Yeah. Sometimes you gotta think about it. I mean, when it gets a bit naughty, it's important to know that you're back, right? It's simple, so that shit doesn't fly with me. Sure. I wonder what they're doing with the cars, though. Eisenherz, danke schön für dein Ray. Taku, danke schön für 53. Willkommen zurück. Oh, come on. Are you fucking serious? Oh. Ich stand zu nah an ihm dran. Oh, check. Ich stand zu nah an ihm dran. Fuck. Fuck. Ja, kannst du auflösen, Error. Fuck. Fuck. Oh, nein. Zwei Mal getrusted, zwei Mal enttäuscht. Tja, dreifach oder nix, würde ich sagen, Chat. Und wir wollen das ja auch schaffen. Dreifach oder nix, würde ich noch mal in den Raum stellen. Ich würde noch mal zwei Versuche machen. Boah, zehn Versuche war wirklich sehr tight für Klaviersäule. Machst du noch mal, äh, Error, kannst du noch mal aufmachen? Dasselbe Ding. Oh, das ist so enttäuschend, ey. Wirklich sorry an alle, die an mich geglaubt haben. Aber Klavierseite ist wirklich nicht einfach. Also, gerade auf Colorado mit vier Zielen ist Klavierseite einfach unfassbar fucking schwer. Oh. Warum? Ich hab ein halbes Jahr nicht gespielt oder dreiviertel Jahr. Und Chat kommt gleich wieder mit so einem Brecher an bei Dizzy vs. Chat. Geht schon wieder gut los, die erste Episode. Oh, fuck, ey. Fuck. Svenny, wie geht's dir, mein Guder? Und Edi Neumäunsen? Jetzt glaub ich nicht mehr an dich. Okay. Aber ich glaub an mich. Und wenn ich anfange, an mich zu glauben, dann ist meistens vorbei. Let's go. Let's go. Oh, jetzt ist Filper drin. Chat, jetzt muss ich abliefern. Warte, Dizzy vs. Chat ist halt echt immer übelst intens, ey. Weil du halt so viel Druck im Nacken hast. Pивает jetzt gerne drei Säume. Dizzy SeNein. Pannig. Du, 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 du. Quass. S Eigenstoff Jadiin. Pengfeiert den cameras indauboarden imperialisten. Pul value ist. Jetzt spüren sie mal. Übrigens, ihr solltet euch für Weihnachten auch ein paar Punkte besorgen. Weihnachten machen wir das auch, by the way. Der musste mal nicht so reinscheißen. Entschuldigung, zicke kamikatze. Excuse me. Nee, äh... Der ist nächste Woche. Nächste Woche ist er gemeinsam mit Mabix. Nächste Woche ist er. Sean Rose confirmed down. Nicely done, 47. Früher war's doch so toll. Wär ich? Ey, Maga, ich hab ein halbes Jahr nicht gespielt. Ich muss mich ja auch erstmal wieder ein bisschen, äh... Einfitzeln hier. Das ist der Run, Chat. Ich fühle dich. Den Feindsphären muss ich mir nächsten Monat erstmal holen. Schwarzer Einzug. Ich hab keinen schwarzen Einzug, äh... Ich hab nur einen, der aussieht wie, äh... Ein Segel. Nee, Merkwürden. Den muss ich noch kaufen. Den hab ich noch nicht gekauft, du. Nee, nee, ich... Also, nee, ne Mache ist er nicht. Ich muss den im Dezember mal holen. Die sind halt nicht so günstig, die Anzüge, Chad. Also, ist nicht, äh, einfach mal so gekauft. Da ich mir was One-Ease holen möchte. Go! Go! Ja! Weid! Weid! Wo ist denn meine Orte? Hä? Ist die weggepackt? Scheiße, die ist weggepackt. Oh, das könnte jetzt wieder scheiße werden. Oh, das ist weggepackt. Oh, das ist weggepackt. Oh, das ist weggepackt. Della 6, wir haben in einem möglichen Gegensatz. Over. Okay. Warum ist das passiert? Nein. 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 Wir haben es nicht für den Biscuit. Aber das Gute ist, dass er jetzt auf Zyklus mit dem anderen ist. Das ist gut. Weil der müsste jetzt wiederkommen. Dann geht er nach hier, dann geht er weg und der andere kommt wieder. Also, sollte er eigentlich jetzt passen. Hoffe ich. Natürlich geht er nicht in diesen Zyklus. Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sir, please refrain from sneaking around like that. You're making me uncomfortable. Ja, okay. Entschuldigung. Verpiss dich jetzt. Und jetzt kommen die anderen beiden wieder. Oh, well. We got a possibility through the commencing suite. Out. Hello? Is anyone there? Huh? Huh? Keep your distance, sir. Hmm. Find out what that was. Acknowledge. Oh, yeah, okay. Huh? You heard it too? Investigate and report. Wait. Okay. 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 Was ist das? Penelope Graves, we need to talk You're, uh, what is this? I'll explain everything Okay Hey, nice threads, buddy This is the run, chick This is the run This is the run This is the run Who the hell left that thing there? Miss Graves, you are being recruited back into Interpol as an insider What? I... Who are you anyway? How did you find me? That is not important Think about this carefully You could provide us with valuable intel If you cooperate If you cooperate, the agency will overlook your unfortunate transgression Hey, good to see you And what if I refuse, huh? If I scream and get the guards here? I wouldn't do that if I were you Might prove unhealthy I'll give you a few moments I'll give you a few moments to think about it Good work, 47 This should give her something to think about All right Okay, I need to clear my head And have some privacy here Look, I appreciate that you've been assigned to protect me But please Just leave me alone for a few moments Just leave me alone for a few moments Just leave me alone for a few moments Think Graves How did they get to you? Come on Flight part of Lion under his name Passport provided through Delgado and that Vanisher guy Look clean Aha Who's there? Come on Come on Not on my fucking watch Come on Graves is down Excellent work, 47 What? Oh hier nicht in die Kamera laufen ganz wichtig jetzt ich muss schon wieder pinkeln don't you fucking dare ich glaube alle eingehen haben Wir haben eine Kamera. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob der Keller einer hat. Hallo, Sir. Hallo. Fuck. Ich habe die Schnauze voll hier mit den Jungs, Alter. Pfff. Trenny. Aaaaaaahhh. Trenny, lass mich. Okay, gut. Warum sind wir für so viele Leute hier so auffällig? Ich habe die Schnauze voll hier mit den Jungs. Ich habe die Schnauze voll hier mit den Jungs. Ich habe die Schnauze voll hier mit den Jungs. Moinsen Mager Danke schön für 52 Monate und Kelam, nun, danke schön für 18. Danke schön für's Zuschauen. Danke schön. Danke schön für 36 Monate und für deinen Twitch Prime. Oh oh, das war nicht der Plan. Ja, 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 ja. Take it, 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 get the fuck, yes, yes, yes. das ding ist halt ich habe keine ahnung wo der jetzt der da rauskommt wo der hingeht aber kriegen wir hin bitte nicht rechts gelinks gelinks nice okay der sitzt oben ja ja Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. The plot thickens. Someone left in a hurry. It would find one. The shadows was not the shadow client. That much is clear. Whoever commands the militia, they got out just in time. Look around, 47. We're getting closer. Some kind of network. Power players. From all sectors. From all your faces, too. Thomas Cross. Klaus Strandberg. Ether. And that's missing banker Eugene Cobb. Well, well. There's a name. Providence. What? No. No, it can't be. The hidden hand. Thought they were a myth. A hypothesis. Nothing more. The idea that a small cabal of kingmakers, controlling enough corporate and political leaders, can effectively run the world in secret. Maybe not so hypothetical. Keep looking, 47. We need full disclosure. Found something. Sodas? But that would mean, Providence has infiltrated ICA. And Eric Sodas is their operative. Bastard. It all fits. He was the one who persuaded the rest of the ICA board to green light to this operation. This changes everything. Get out, 47. We got what we came from. The computer is a bügel. Desktop-Symbole sind nicht so angeordnet. We're our primary concern. ICA has been compromised. I always wondered if Providence was real, but I never actually. I will need to confer with the board, but mark my words, 47. This will ha- Victorious! Oh, fuck. Fuck my life, ey. Au! Oh, Mann, ey, Mozart. Ey, du bist fünf Jahre alt. Wenn ich hier nicht sitze, springst du doch auf den Tisch rauf. Du musst doch nicht immer wie so ein Verrückter in meine Beine reinkrallen. Sag mal. Oh, was eine Herausforderung, Chad. Das war wirklich ekelhaft. Das war wirklich, also... Das war wirklich schwer. Rose ist weg. It was me, wasn't it? They tracked me. I don't believe it. I took every precaution. Rose knew the risks. They all do. You did well, Olivia. I am proud of you. Now, listen. The ICA knows about you. They kept you alive because they needed you, and now they don't. We won't talk again. Not until the storm is over I don't like it This man, you know what he's capable of You need to end this now I ran away As a boy My friend and I Away from that Place We came upon a small farming community The people were dirt poor But this woman, she took us in We were awakened the next morning By the shots A dozen people lay face down in the snow Our warden Didn't like to leave witnesses They shot the woman And her family last They made sure that we watched the whole thing This is your gift The warden told us Your gift And your curse Touching lives Only by ending them You know him He knows Better than anyone You know him You know him You know him